Der Boxtec Aquariumfilter ist ein vielseitiges 4 in minus 1 Gerät, das die Funktionen Regendusche, Wasserzirkulation, Sauerstoffversorgung und Filtration kombiniert. Mit einem leistungsstarken 6W-Motor sorgt der Filter für kontinuierliche Wasserbewegung, leitet Schmutzwasser in den Filter und reinigt es durch ein internes Filtermedium. Der Wasserfluss ist dank einstellbarer Düsen variabel und ermöglicht sanfte Strömungen, die für empfindliche Fische oder Garnelen geeignet sind. Der Filter ist einfach zu installieren und zu reinigen, mit einem abnehmbaren Filterdesign und Saugnäpfen zur sicheren Befestigung. Er eignet sich für Aquarien, Teiche und sowohl Süß- als auch Salzwassertanks. Die Leistung des Filters kann in einigen Fällen bei kranken Fischen zu Problemen führen, daher wird empfohlen, diese zu isolieren.